Die kabellose Anpassung hat den großen Vorteil, dass ich mich mit dem Kunden einfach frei bewegen kann. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass wir irgendwann mal Kabel hatten, die den Computer mit dem Kunden verbunden haben oder mit seinem Hörsystem. Und da musste man aufpassen, dass bei der Programmierung das nicht rausrutscht, weil dann die ganzen Messdaten wieder verloren gegangen sind und so weiter. Und da ist natürlich so eine kabellose Anbindung, die also auch noch systembezogen ausgelegt ist, ist natürlich ein großer Vorteil. Das geht sehr schnell, es ist sehr flexibel und der Kunde hat die freie Bewegungsmöglichkeit. Und wir nutzen das häufig auch, indem wir einfach sagen, gehen wir mal auf die Straße oder gehen wir mal in einen anderen Raum. Und das ist natürlich so ganz, ganz einfach.